Was gibt's denn da zu lachen? Total losgelöst und super happy sehen wir Kunsthändler Vito Schnabel hier auf Instagram. Der 32-Jährige kriegt sich beim Kochen vor Lachen fast gar nicht mehr ein. Doch nicht nur sein Lachanfall ist etwas Besonderes, auch das Video hat einen absoluten Seltenheitswert. Denn solche privaten Einblicke gab es noch nie. Was ist denn da los? So kennen wir ihn gar nicht. Denn normalerweise ist er eher zurückhaltend und wirkt ernst. Und auch sein Privatleben hält der Kunsthändler weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Selfies postet Vito kaum. Das Kochen unter Männern scheint dem Ex-Freund von Heidi Klum richtig gut zu gefallen. Doch wo steckt seine Freundin Amber Hart? Mit diesem aktuellen Post heizt Vito Schnabel die Gerüchteküche über eine mögliche Trennung weiter an. Angeblich hat er schon längst eine neue Flamme. Schauspielerin Chloe Sevigny soll Vitos neue Herzensdame sein. Trennungsschmerz sieht dann doch etwas anders aus.